Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Neighbors Back from Hull. Es geht weiter. Wir sind wieder zurück bei den bösen Nachbarn hier. Diesmal mit Mamas Liebling. In Indien angekommen, geht's wieder an den Strand. Da Olga kein Interesse am Nachbarn zeigt, versucht er seine Mutter zu beeindrucken und lässt die Umwelt an seiner Gemeinheit teilhaben. Doch Woody zeigt ihm, wo der Hammer hängt. Ja Leute, das ist die Folge mit Neighbors Back from Hull. Willkommen zurück zu den bösen Nachbarn mit unserem Hauptcharakter Woody wieder einmal am Start. Ja, erstmal heißt es natürlich Seeigel. Der Seeigel schützt sich durch seine Stacheln am vom bösen Angreifer. Okay, jetzt sind wir hier in Indien. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, das Ding sieht gut aus. Was ist das? Pedal, das Pedal eines Mopeds. Da haben wir auch nochmal was gefunden. Lass uns mal hier rüber gehen. Ich weiß ja nicht, was passieren wird mit dem Nachbarn hier. Der Kleiner hier. Oh, da können wir uns verstecken. Okay. Schläft er? Ah, okay. Mit dem Elefanten da macht er irgendwas. Okay. Wir haben wieder was gefunden. Ähm. Das ist das Strandtuch des Nachbarn. Der herbe Schweißgeruch ist unverkennbar. Whisky da rauf. Das. Pedal. Seeigel. Ja. Ich dachte mir schon. Das muss ja wohl das Richtige sein. Ah. Ah. Oh, ho, ho. Schön in die Eier. Oh, ho, ho, ho. Okay. Ähm. Ja. Neue Erkenntnis hier. Die Mama haut uns auch eine rein. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt wird es ein bisschen interessanter und komplizierter vor allen Dingen. Was kann man mit dem... Oh. Aua. Das tut weh. Hahaha. So. Der Nachbar ärgert den Elefanten, indem er ihm einen Cocktail ins Gesicht spritzt. Ähm. Was können wir den Elefanten da so geben? Damit der Elefant sich selber verteidigen kann. Das geht nicht. Mensch, ist ja ein gemeiner Nachbar, ne? Der Barkeeper hat gerade einen Alkoholentzug hinter sich. Ah, okay. Warte mal. Kann ich ihm das so geben? Oh. Jetzt dreht der Barkeeper natürlich durch. Ah, hier ist wieder diese Krabbe. Das mit der Krabbe. Da müssen wir mal gucken, ob wir so einen Stock finden. Ja, die Mama ist auch da. Das ist halt alles ein bisschen schwierig hier. Leute, das ist auf jeden Fall alles ein bisschen schwieriger hier. Werden wir mal gucken. Auf jeden Fall rüberschleichen. Ja, ich denke mal... Oh, die Mutter, die steht ja schon auf, ey. Das schaffen wir ja gar nicht. Oh, die ist ja schon wieder wach. Die Mutter genauso schlimm wie ihr Sohn, ey. Okay, jetzt hält sie die Luft an. Okay. Das können wir zu unserem Gunsten nutzen. Ich denke mal, das ist da rauf irgendwie. Was ist das hier? Hier könnt ihr ein Gefäß mit Wasser füllen. Okay. Pedal? Nee, das geht nicht. Ja, der Barkeeper liegt schon flach. Das war zu viel des Gutens. Ja, Leute. Wir haben jetzt einige Witze-Streiche jetzt gelöst. Das ist auf jeden Fall hier ein bisschen komplizierter. Ah, mit der Zange hier können wir vielleicht die Krabbe da rausholen. Was schleiche ich hier eigentlich so rum, Mensch? Wenigstens ist die Olga nett. Die macht wenigstens keinen Ärger bei uns. So, die Frage ist nur, was man mit der Krabbe machen könnte jetzt, ne? Ins Cocktail rein vielleicht. Ins Cocktail rein, ja. Das könnte es sein. Hoffe ich. Nein. Das ist es nicht. Auf dem Grill? Auf dem Grill auch nicht. Beim Elefanten? Nein. Müssen wir mal gleich gucken. Er ist mal hier weg. Mit dem Jungen hier kann man ein bisschen auch was machen. Aber ich weiß selber noch nicht was. So, jetzt springt der da gleich rein. Ah, da hängt jetzt was. Ja. Geil gemacht, ne? So, mittlerweile ist das so, wenn man einen Streich macht. Oh nein, er geht hoch. Er kann nicht runter, wenn er oben ist. Oh, er kann nicht auf der Treppe stehen bleiben. Das muss ich jetzt, ne? Da müssen wir aufpassen. Das Ding kann ich wieder nehmen. Okay. Das Ding kann ich hier wieder benutzen. Das heißt, da kann man schon auch wieder so einen doppelten Witz irgendwie machen. So, lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie nehmen können. Oh, er kommt zu uns. Oh, wir müssen uns hier drin verstecken gleich. Wenn der Nachbar in der Nähe ist, ist der Sandburg sehr gefährdet. Der kleine sollte ein Krokodil oder ähnliches. Äh, Burg arbeiten. Irgendwas stand da. Wir gucken gleich mal. Ich konnte das nicht lesen wegen dem Nachbarn wieder hier einmal. Wir müssen den so ein bisschen beobachten. Vielleicht die Krabbe da rein? Ich weiß das nicht. Was? Ärgert sogar den kleinen Jungen hier. Was für ein böser Mann. Was für ein böser Mann. Also, der verdient es echt nicht anders, ne? Und hier ein paar Bollywood-Fotos wahrscheinlich. Bollywood, ja, steht hier auch in Bollywood. Scharokan? Ist das Scharokan? Ich weiß das nicht. So. Mit der Krabbe irgendwie da was machen. Wahrscheinlich. Ja. Ach, wenn er seinen Fuß da rein macht. Alles klar, jetzt hab ich verstanden. So, jetzt ist die Frage, was man hier noch machen kann, ne? Vielleicht ist das diese, dieser Level auch jetzt nicht wieder. Hier oben übersehe ich was, ne? Weil, ja, ist ja auch kein Wunder, weil die gute Dame hier rumläuft. Mit dem Elefanten. Da musst du auch mal gleich gucken. Hm? So, jetzt ist die Dame gleich im Wasser wieder und dann müssen wir mal gucken. Okay. Okay. Der ängert den Elefanten der Arme, du. Kann es sein, dass ich das Gefäß hier vielleicht nehmen muss und irgendwas irgendwie mit Wasser hier auffüllen muss? Kann das sein? Mhm. Der Barkeeper schläft nun glücklich auf der Theke. Ah, dann kann ich mich hier dran bedienen. Sektkübel. Der Kübel ist nun leer. Mit dem Grill kann man hier bestimmt auch was machen. Ich weiß selber noch nicht was, aber... Ja. Und der hier. Der streicht mit der Krabbe jetzt. Hahaha. Hahaha. So, mit dem Elefanten. Was könnte man da machen? Da müssen wir gleich mal gucken. Hier gibt's nix mehr, ne? Hier gibt's tatsächlich nichts. Nee. Was ist das hier? Wenn man der Muschel horcht, kann man das Meer rauschen hören. Eigentlich kann man das hier am Strand auch ohne Muschel. Ähm. Irgendwie was kombinieren hier? Nein. Hm. Das hatten wir schon mit der... Das hatten wir eigentlich schon mit der Stachel. Ich weiß jetzt nicht, warum wir das wiederbekommen. Das ist halt so das Ding, ne? Da weiß man halt nicht. Was das zu bedeuten hat. Ob man das vielleicht woanders noch braucht, ne? Da werden wir jetzt gleich mal gucken, wenn er weg ist. Dass wir den Kübel mit Wasser auffüllen. Und dann weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie hier was mit dem Elefanten kombinieren. Keine Ahnung, Leute. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter als sonst. Nein, 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 nicht hoch. Jetzt. So, Kübel mit Wasser füllen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. So, ich glaube... Irgendwas übersehe ich hier noch. Kann ich hier gehen? Ah, ich kann hier laufen, während sie im Wasser ist. Okay, das ist gut zu wissen. Ähm. Sonst kann ich auch nichts machen. Okay, wir müssen schnell weg. Wasser irgendwie hier auffüllen. Nein. Kann ich das wieder hinstellen? Nee. Mit dem Grill funktioniert es auch nicht. Okay. Mit dem Elefanten mit Wasser. Aha, der Elefant wird sich rächen gleich. Okay. Okay, das ist der nächste Streich. Ja, wir müssen halt mal gucken, Leute. Irgendwas übersehe ich hier noch mit dem Grill auf jeden Fall. Mit dem Grill. Das hatten wir ja schon. So, die Frage ist, wo übersehe ich noch was? Ah, okay, warte mal. Krabbe hatten wir schon. Jetzt habe ich wieder gesehen. Seeigel. Ich versuche es mal mit der Krabbe wieder. Irgendwas müssen wir noch kombinieren, glaube ich. Also mehrere Sachen irgendwie. Mit einem Utensil irgendwie mehrere Streiche machen. So kann ich mir das vorstellen. Bei dieser Etappe. Ah, okay. Das heißt, mit dem Seeigel können wir wahrscheinlich auch nochmal was machen. Wahrscheinlich, wenn er ins Wasser hier reinspringt. Ich weiß das nicht. Das werde ich gleich mal testen. Das Ding rollt sich ja auch immer auf, ne? Da muss ich auch mal gucken, Leute. So einfach ist das mit diesem Level nicht. Jetzt kommt der Elefantenwitz. Mann, gehen wir jetzt ins Bett. Mutter. Mutterchen. Mütterchen. So, jetzt können wir schnell laufen. Oh, der Elefant, der rechts ist jetzt. Geil. Rache ist süß. So, Seeigel vielleicht hier mit rauf. Nee. Mit dem Ding kann man hier auf jeden Fall was machen. Moment. Seeigel ins Wasser? Das kommt hier auf jeden Fall rein. Kriegt er aufs Maul von der Olga? Ist mal schön deine Latschen. Ähm, okay. Seeigel. Seeigel. Wo könnte man das noch empacken? Äh, 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 vielleicht hier mit rein? Der Kübel ist nun leer. Okay. Die Krabbe ist da. Wir haben jetzt schon, uns fehlen nur noch zwei Streiche, Leute. Wir sind eigentlich gut davor. Geht doch flotter als ich dachte. Ich nehme nochmal die Krabbe mit. Ich weiß ja nicht, vielleicht kann man die irgendwo noch platzieren. Im Wasser oder so, im Pool. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wasserkübel. Also, mh. Wasserkübel haben wir ja benutzt. Seeigel könnte vielleicht hier nochmal reinkommen. Und hier, das Ding geht ja auf, ne? Wenn man das macht. Und, mh. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was man da machen könnte. Ah, okay. Wenn er reinspringt, fällt das Ding ja runter. Könnte sein, dass das auf die Mutter, irgendwie auf die Mutter irgendwas rauffällt. Und dadurch die Mutter ihn wieder verprügelt. Und das wiederum löst wieder einen Witz aus. Oder einen Streich dann in dem Fall. So, jetzt schläft sie. Wir warten jetzt, bis sie tauchen geht. Und dann gucken wir mal, testen wir das Ganze ein bisschen. Mit dem kleinen Jungen kann man hier sonst nichts machen, ne? Ne. So, jetzt warten wir, bis sie gute Tauchen geht. Ja. Boah, das war knapp. Ich dachte, die packt uns jetzt. So. Seegel ins Wasser rein. Seegel. Hier rauf. Krabbe. Boah, sie steht schon wieder gleich auf. Hm. Wenn das gleich vorne auf ist, dann werde ich da gleich mal versuchen, irgendwas zu machen. Krabbe geht nicht. Zange geht nicht. Mit dem Grill haben wir das immer noch nicht gelöst, ne? Da muss auch was gehen. Okay. Probieren geht über Studieren, Leute. Einfach mal alles so ein bisschen testen. So, wir können noch eine Krabbe nehmen. Okay, das bringt uns aber nicht viel, glaube ich. So, dann liegt der da. Das haben wir ja schon mit dem Seegel gelöst. Ja, aber kriegen wir ja schon hin. Wir müssen das ein bisschen beobachten. So. Jetzt einmal rüber. Genau, jetzt passiert dieser Streich wieder. High Voltage. Ah, das ist Strom. Okay. Das ist eine Stromleitung hier oben. Und hier steht schön Bollywood, Leute. Wie geil ist das denn? Ach so ist das. Das ist eine Stromleitung. Das hat wahrscheinlich auch was zu bedeuten. Da müssen wir gleich mal gucken. Ach, das war ein anderer Streich jetzt. Ah. Das war jetzt ein anderer Streich. Das Ding konnte man zweimal nutzen. So ein doppel gemoppelter Streich. Quasi. So, und jetzt ist... Und jetzt ist der Streich auch quasi gelöst. Leute, wenn ihr jetzt ein Hundebellen hört. Das ist mein Hund übrigens im Hintergrund. Keiner vom Spiel. Falls ihr ihn hört. So. Ein Streich müssen wir noch machen, Leute. Ein Streich. Das hat schon was mit dem Grill zu tun. Hier haben wir alles gelöst, ne? Was ist mit dem High Voltage hier? Okay. Hätte ich aber nicht gedacht, dass man hier mit dem Sprungbett hier zwei Witze oder zwei Streiche landet. So, was ist jetzt mit dem Grill hier? Da muss doch auch was gehen. Irgendwas übersehe ich wieder einmal, Leute. Die Profis unter euch wissen wahrscheinlich schon Bescheid. Die sagen, wie gesagt, wahrscheinlich, oh Mensch. Das ist doch so einfach, so offensichtlich. Ja, Leute. Ihr kennt doch das gute Sprichwort. Gute altes Sprichwort. Man sieht manchmal den Baum vor Leuten. Den Wald vor lauter Bäumen. Ja, genau. So rum war es. So, lass uns mal gucken. Jetzt legt er sich hin. Das mit der Mama haben wir gelöst. Dann ist auch das Ding verschwunden. Aber die Krabbe bekommen wir immer wieder. Das heißt, mit der Krabbe und mit dem Seeigel geht noch was. Seeigel da rein? Nein. Äh... Seeigel irgendwie hier rein? Nein. Da geht er rüber und wartet. Okay, wir müssen das ein bisschen beobachten. Warte mal. Das da rein? Seeigel hier rauf? Vielleicht muss das kombiniert werden irgendwie. Ich weiß das nicht. Jetzt holen wir uns nochmal so einen Krabbe. Haben es besser als brauchen. Ich glaube, irgendwo brauchen wir die Krabbe noch irgendwo. Und den Seeigel. Wenn wir das jetzt nicht richtig landen hier. So, Seeigel. Und jetzt ab nach oben wieder. So. Das Wasser ist schon etwas trüb. Der Nachbar muss wohl öfter darin geschwommen sein. Ja, schöner Spruch. Äh... Einstreich müssen wir noch landen, meine Lieben. Mensch, wo finden wir das denn? Was mit dem Grill hier zu tun? Das hat was mit dem Grill hier zu tun. Ganz, ganz sicher. Vielleicht übersehe ich auch ein Utensil. Naja, irgendwo ein Utensil. Mit dem Strom hier, da ist auf jeden Fall irgendwas... hat das zu tun. Hat das zu tun. Ganz sicher. Und dem Elefanten. Vielleicht spuckt der Elefant ihn an und dann kommt der Strom auf ihn drauf. Ich weiß das nicht. Genau das wollte ich. Den doppelten Witz. Ja, das war es. Ja, habe ich ja richtig geschätzt, Mensch. Perfekt. Jetzt kommt die Olga und jetzt kriegt er nochmal aufs Maul. Hat alles zerstört. Oh, ho, 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 ho. Wombo-Combo, Alter. Alter, Falter, das war es also. Ja, damit haben wir auch diese Folge gelöst. Vierte Staffel, wie ihr es schön sehen könnt, haben wir sie bei Erfolg bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Eine etwas ungewöhnliche Folge fand ich jedenfalls in Indien hier mit Name was back from Hull. Danke fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten sage ich wieder einmal Tschüss und passt auf euch auf.